Der Kick um die Achse... Moment, ich weiß gar nicht, wie das hier geht. Nee, lass mal! Ach komm schon! Nee, aufnehmen lassen wir heute jeden Fall. Warum denn? Ich versteck deinen Kopf auch mit dem Schild. Das machst du schon. Das ist natürlich eine coole Idee. A roundhouse Kicker-Saal im Prinzip, er kickt komplett um dich herum. Ich hab nur ein Selfie-Video gemacht. Sag was, gib mir mein Bier vor allem. Das ist mein Bier. Ja, gib mir mein Bier. Aber weißt du was? Wir rauchen jetzt erstmal ein, oder? Ich hab ja Kippen dabei! Natürlich!